Ich habe gerade einen Fokus in Süddeutschland und Bayern und wir suchen neue Partnerschaften von am Anfang mit dem ersten Kontakt bis zu die Verhandlung und die Beziehung auch nach dem Kauf. Wir haben eigentlich viele unterschiedliche Partner von Landwirtschaftskammern bis zu Bio-Verbände. Für das junge Team mit internationalen Kollegen und wir zusammen einen positiven Einfluss auf die Landwirtschaft haben und der Landwirte helfen, ihre tägliche Arbeit zu verbessern. Erstmal die Kreativität. Wir sind eine junge Firma, wir sind flexibel und wir testen gerne neue Ideen. Dazu sind wir kundenorientiert, wir hören gerne das Feedback. Also Teamgeist und Einpassungsfähigkeit. Die offene und gute Kommunikation mit den Kollegen ist wichtig. Und dazu musst du bereit sein, regelmäßig neue Sachen zu lernen und sich auf neue Produkte und neue Prozesse anzupassen. Mit den Kaufwetterstationen und Plattformen helfen Landwirten, einen besseren Überblick über Klimabedingungen zu bekommen und damit gezielter Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt zu treffen. Wo ist Anastasia schon wieder? Also als Französin ist es nicht immer einfach so pünktlich zu sein wie meine deutschen Kollegen. Da kann ich noch einiges lernen. Aber was das Bier trinken angeht, bringen mir meine deutschen Kollegen nicht so viel Neues bei. Ein junges und tolles Team mit kurzen Wägen zu arbeiten und die Meinung jedes Mitarbeiters wird ernst und wahrgenommen. Fühlst du dich eingefroren? Wir freuen uns auf dich! Wägen! 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 Wägen!